Nein, nein, nein! Oder die nächsten fünf Sekunden oder... Ach kommt Leute, ihr wisst doch... Es passiert doch sowieso nichts. Würde mich trotzdem freuen. Joe Leute, ich spiele jetzt gerade eine Runde Random Duos. Ich muss einfach mal runterkommen, so das war jetzt ein bisschen stressig für mich. Es hat doch komplett mein Kopf so, boom, wegen Vivi so dies, das. Ich habe eigentlich auch gar keinen Bock darüber zu reden, Leute, bin ich euch ehrlich. Mich fackt das so unnormal ab jetzt, wie Vivi da reagiert hat und gehandelt hat so. Und jetzt spiele ich gerade eine Runde Random Duos, so, ich weiß nicht mehr mehr reden kann. Ich entmüge mich gleich mal, Leute, so. Aber ich habe jetzt auch echt gar keinen großen Bock, irgendwie zu reden, so die Stars. Ich würde echt wirklich nur eine Runde entspannt zocken jetzt hier, so. Also jetzt ist gar kein Trauma. Ich entmüge mich jetzt mal und frage mal, ähm, so. Hallo? Ist da jemand? Kannst du reden? Mait, hallo? Ja, ja, oh mein Gott, hallo. Geht's dir? Ja, bist du ein Mädchen? Ja. Okay, ähm, ja. Weiß nicht, wo willst du landen? What the fuck, markier einfach. Ja, lass ich hier landen. Egal, jetzt. Wenn du nicht markierst, kann ich nichts filmen. Markier ich halt, what the fuck? Ja, sorry. Du fragst mich, wie es mir geht? Ja. Ja, so, da hast du diese Standardfragen. Kannst du dir irgendwas anderes fragen? Nee, weißt du was? Frag einfach gar nichts. Frag einfach gar nichts, weißt du? Warum bist du denn so genervt? Ich bin nicht genervt. What the fuck, was willst du denn? Ich will in Ruhe zocken, digga. Was ist los, Mann? Ja, was habe ich dir getan, Abi? Ja, gar nichts. Frag mich, lass mich einfach. Kann sein, dass ich dich irgendwie kenne oder so. Du kommst mir irgendwie schon bekannt vor, so. Keine Ahnung. Kann sein, dass du letzte Woche bei McDonalds warst? Ey, warte mal Leute, ich bin gerade gemütet, digga. Ich glaube, die hat einen kompletten Knall, digga. Ja, sie macht jetzt safe auch so ein, ja, ich kenne dich doch und so, dies, das. Ah, Leute, sie fragt, ich würde mich gleich entblüten, digga. Aber auf, nee, digga, Leute, es hat, nee, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Hä, was für McDonalds, was redest du? Ich war nicht bei McDonalds, so. Ich habe auch nur eine Akala's Abraum. Kein Bock auf Gegner, komm einfach mit. Woher denn? Ja, es kann sein, dass ich bei McDonalds war, so. Aber what the fuck, nein. Hä, wo meinst du denn genau? Was sind das für Fragen? Ich glaube, ich habe es gar nicht gesehen. Ey, Leute, ich schwöre euch, ich wollte eine Runde Random Doos zocken, entspannt und komplett. Hä, was willst du denn jetzt von mir? Lass mich doch einfach zocken, what the fuck? Ey, Leute, ihr geht mir Kummer drauf und sagt, ich schwöre euch. Ich will in Ruhe zocken, Mann. Fragt sich jetzt die komische Fragen. Ja, komm her. Ja, komm her, das sind die Bots, warte, komm her. Brauchst du hier Stuff, brauchst du hier Stuff, brauchst du hier Stuff? Ja. Ja, hier, hol dir, komm. Oh mein Gott, bist du lost? Was machst du denn? Ey, digga, Leute, ich wollte in Ruhe zocken, komplett lost die Mate hier, digga. Hey, aber jetzt mal ganz kurz. Ja, hier, warte, ich habe auch noch eine Acker, komm mit jetzt, wir müssen ab und die Bots gehen auf den Sack. Ey, Leute, ich überrechte, digga, diese Bots, alter. Ey, what the fuck, warte, komm her. So, wie alt bist du? Digga, was sag mal, also, ey, jetzt sei mir nicht böse so, digga, aber was sind das für Fragen, jetzt mal re-talk. Ich, warte, du stellst mir hier Fragen, digga, ich will entspannt zocken, du stellst mir hier Fragen, what the fuck, digga. Einfach ein bisschen so genervt. Hä, ich bin nicht genervt, was willst du denn von mir, hä? Ja. Also, ich bin dir ehrlich so, ich wollte entspannt zocken, so, weißt du, wie ich meine, so. Ja, es gibt da so ein paar Sachen so, aber ich habe da jetzt auch im Retalk keinen Bock drüber zu reden, da bin ich dir ehrlich, digga. Also, im Retalk, also. Gib mir mal eine Waffe, ich bin mir mal eine Waffe. Rottet doch einfach ein, digga, was soll denn das? Lass doch einfach tanzen, so, vielleicht muntert er seinen auf, komm her. Was zur Hölle machst du da? Ja, komm, wir tanzen einfach, vielleicht muntert er seinen auf. Ihr sollt mit dir tanzen. Dann tanzt auch Melch. Ey, digga, Leute, sie ist komplett lost, digga. Ich bin halt mega abgefuckt wegen Bibi, Leute, ihr wisst, sie ist das, digga. Jetzt soll ich mit dir tanzen, sie hat komplett knackst, digga. Ey, digga, Leute, ich bin euch ehrlich, digga, es kann nicht schlimmer. Ey, Leute, es kann nicht schlimmer werden, Leute, ich tanze einfach, wartet. Okay, jetzt, digga, ich, also. Ich hab noch ein bisschen, der ein bisschen fröhlicher ist. Hä, Marie, weißt du, digga, ich glaub, du heißt Marie, hab ich recht, Marie, it's Marie. Was für ein Name, Alter. Ja. Ich weiß jetzt nicht so, was du jetzt im Bereich gewordest. Das hat mich dir getan. Ja, ja, hä, wie, nichts getan, so. Hä, warum fragst du? Was soll ich denn jetzt machen? Nee, nee, kein Bock, digga, nee, lass mich einfach in Ruhe, digga, what the fuck, was willst du denn von mir? Digga, lass mich doch einfach. Ich glaub, ich kenn dich, ich hab dich ja irgendwie bei McDonalds oder so gesehen. Ja, und das erlaubt dir jetzt, mir Fragen zu stellen, what the fuck? Ja, also wohnst du ja ungefähr so in meiner Nähe, so, glaub ich zumindest, so. Und vielleicht können wir uns ja mal treffen oder so. Wow, 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 wow. Leute, warte, ich bin grad gemütet, das geht mir grad echt zu weit, Leute, digga. Ey, das war grad mit Vivi schon so, das hat auch so angefangen, ich hab da jetzt wirklich doch keinen Bock drauf. Ne, warte, ich entmüde mich, Leute. Hä, nee, nee, lass mal, das ist grad alles ein bisschen schnell, digga. Hier, Marie, nee, 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 lass mal bitte. Ja, nee, lass mal bitte. Hä, was willst du denn dann machen, what the fuck? Und dann, was machen wir dann? Dann bist du genauso... Ja, keine Ahnung, wir können Schlitten von Dirk. Weil du bist irgendwie... Leute, digga, digga, ich bin euch ehrlich, Alter. Sie fragt so, ob wir uns mal treffen können, digga. Ich frag's, was willst du machen? Digga, sie kommt mit Schlitten fahren, digga, sie kommt mit Schlitten fahren, digga. Natürlich, fühl dich, fühl dich, fühl dich, Kapi. Was willst du denn jetzt, what the fuck? Lass dich jetzt zocken, Alter, digga. Ja, lass doch erstmal auch nur mal austauschen, so. So, ich weiß nicht, so. Vielleicht kann man ja Kontakt aufbauen und... Hallo, warum bleibst du die ganze Zeit stehen? Also ganz kurz, Leute. Wir kennen uns seit fünf Minuten, digga. Sie sagt Kontakt aufbauen. Ja, genau. Also warte mal, was, was, was wolltest du jetzt von mir, digga? Du warst, also ganz kurz, erst mal wegen der Nummer. Also, Retalk, sei mir jetzt nicht böse, so, digga. Aber ich... Das geht mir gerade, Retalk, alles so ein bisschen zu schnell. So, weißt du, wie ich meine, so, du kommst erst so, du kennst mich. Dann so, du willst Schlitten fahren, digga. Ja, also, nimm mir das nicht übel, digga. Aber was ist in deinem Kopf los? Warum Schlitten fahren, so, weißt du? Weißt du, was? Ich, weißt du, hättest du jetzt gesagt, ey, bro, komm, lass Döner essen gehen. Lass Eis essen gehen, bro. Weißt du, ich hätt's nur gesagt, weißt du, ich hätt gesagt, weißt du, ich geb dir Döner aus, so. Aber du kommst mit Schlitten fahren. Ja, dann geben wir halt Döner essen oder Eis essen, das ist mir eigentlich relativ... Nee, da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Wir lassen das einfach. Wir treffen uns einfach gar nicht, so. Das ist besser, so, weißt du, wie ich meine, so. Ich kenn dich nicht mal, what the fuck. Weißt du, da kommt noch so eine, weißt du, wie ich meine, so. Ja, was denn für noch so eine? Äh, nichts, alles gut, lass einfach, du passt schon. Hä, nein, lass... What the... Also, retalk, nimm mir das jetzt nicht übel, digga. Aber ich hab dir jetzt schon fünfmal gesagt, du sollst mich einfach in Ruhe lassen, was verstehst du denn daran nicht? Ja, aber ich kann dir bestimmt helfen. Hä, wie? Du weißt gar nicht, was, digga, du weißt gar nicht, du glaubst mir, du kannst mir nicht helfen. Lass mich einfach, weißt du was, hier, gönn dir Mad Kid, dann lass mich dann einfach in Ruhe, so. Lass mich einfach in Frieden, so. Ja, aber doch, ich kann dir bestimmt helfen. Nein, lass mich einfach. Hey, Leute, wir berufen jetzt erst mal zuhne und ich hab keinen Bock, mit dir zu zocken, Alter. Das geht mir auf die Nerven, wisst ihr? Hey, aber, Digga, jetzt Real Talk. Was willst du denn von mir, Digga? Mädchen, ich hab dir nichts gesagt. Was willst du denn? Junge, was ist los mit dir? Warum bist du so komisch zu mir? Ich hab dir nichts getan. So, sag doch einfach, was los ist. Nee, nee, lass einfach. Lass mich einfach. What the fuck? Lass mich. Nein, Digga. Nein, lass mich einfach in Ruhe. Ich will nicht drüber reden, Digga. Nein, lass mich einfach. Lass mich einfach in Ruhe, Digga. Bitte lass mich einfach. We talk. Ey, was hab ich dir getan? Ja, gar nichts. So, sag doch einfach, was los ist. Ich helf dir. Ich kann ja das nicht sagen. We talk nicht, Digga. Doch, kannst du bestimmt. Ja, weißt du, so ist, ja, musst du dir vorstellen, ich hab halt so random Duos gespielt, hab halt so ein Mädchen kennengelernt, so musst du dir vorstellen. Ich hab sie am Anfang dazu getrollt, sie war auch voll nett zu mir und ich find sie auch immer noch nett, so, weißt du. Ähm, aber, weißt du, so, sie hat dann halt so ein paar Sachen gemacht, so, sie, ich hab dann so gemerkt, dass sie mitbekommen, dass sie mit einem anderen Jungen zocken wollte, hat das auch gemacht. Und ich bin halt so in ihre Runde heimlich rein, so, mit einem Stimmverzehrer, so, dass er nicht bemerkt hat, dass ich das bin. Und hab's dann einfach beobachtet, so, sie haben in der ersten Runde am einen Tag, hat der eine Typ, der sich so komplett angepackt hat, der hat diese komplett over-credited Anmachsprüche rausgehauen. Und wie die Talks, euch ja was sagen sie, sie hat das einfach gefeiert, so. Da war schon, der Tag war schon für mich so gelaufen, so, ich hatte auf dem nächsten Mal Boxen, muss ich dir vorstellen, so. Und dann kommt der nächste Tag, es halte ich fest, so, auch wieder am Anfang, so, sie haben sich beide komplett angemacht, so. Und dann schlussendlich, äh, hat so gefragt, so, ey, so, Vivi heißt sie, also hat so gesagt, ey, Vivi, so, lass mal so ein ruhiges Plätzchen, so, und so. Ich hab mir schon so gedacht, what the fuck, was macht der Typ jetzt? Sie geht mit ihm wieder und so ein Bursch, so, sie küssen sich einfach. So, weißt du, was ich meine? Sie wollte mit mir auf ein Date gehen. Ich hab vorher, sie hat so, ich hab gesagt, ey, gefragt, Vivi, wollen wir auf ein Date? Die sagt so, ja, so, dann hast du Rony One gemacht, danach fällt dir so ein, so, ey, Lumex, so, du musst noch was Sachen machen, so, weißt du? Ich hab mir sogar meine Haare blond gefärbt. Was soll ich mit Skorpeln machen, was ist mit ihm? Ich hab die Idee. Hä, ich mach einfach ein 1v1 gegen ihn. Lass rausgehen, ich hol Skorpio, mach den kalt, let's go. Das ist die Idee, ich hol jetzt Skorpio, Leute. Abfallstimmung ist nicht mehr da, Leute, jetzt wird rasiert. Leute, Digga, ich hab jetzt Skorpio, Digga, in meine Gruppe geholt. Leute, Digga, er ist hier, egal was er von mir hält, Leute, ich hab ihm gesagt, dass er so reinkommt, Digga, er ist schon hier. Leute, WeTalk, egal was er von mir hält, ich geb jetzt alles, Leute. Ich hab mir gedacht, Bro, weißt du was, ich mach jetzt ein 1v1 gegen ihn und ich hab extra mich gerade in meine Stunde aufgewärmt, damit ich ihn jetzt hier kommen mit Deckkleppe, weil, Leute, irgendwie hängt mir halt Vivi trotzdem noch so zu. Wisst ihr, Leute, ich kann, das geht nicht, ich kann es nicht einmal so gehen lassen, so. Das kann ich nicht machen, ich kann Vivi nicht einfach so in den Typen gehen, we talk nicht, Leute. Wir nehmen ihn jetzt 1v1 hoch, ich entmüge mich. So Skorpio, Bro, wie geht's dir, Digga, hast du schon Bock? Hast du schon Bock zu verlieren, Bro? Nein, Digga, du zahlst einfach nur an Easy Clamp, also. Easy Clamp, weißt du was, Vivi ist meinem, Bro. Vivi ist meinem, Bro. Weißt du, du mit deinen billigen Anfragsprüchen, Bro, du hast dich mal so zu klären, Digga. Digga, du hast mit Vivi gesprochen mit billigen Anfragsprüchen. Ja, wie er runterschießt, Digga, du kleiner, Digga. Digga, was ist denn das für Waffen, Alter? Ja, Digga, Waffen, Standardwaffen, was willst du, Digga? Ich hätte schon so easy hitten können, du kleiner, Digga. Ja, komm her, Digga, easy Highcrown. Ja, komm her, Bro. Komm, wo ist dein Highcrown, Digga? Hat der geschmeckt, der Hit, Bro? Wie schlecht du bist. Ja, was für schlecht, Bro, du hast den ersten Hit kassiert. Hat der geschmeckt, der Hit, Bro? Oh, nicht gut. Egal, komm her, komm her. Leute, wir picken Eggs in, Digga, wir müssen das respekten. Ja, Digga, guck mal. Ja, es ist eh easy, wieder dich einzuholen, Alter. Das ist einfach so schlecht. Bro, ich weiß nicht, ich komme sogar runter, Digga. Ich komme sogar runter für dich, Bro. Hey, Digga, komm doch her, Digga, Bro. Leute, ich pick Eggs in jetzt, Digga. Warte, wo ist er? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine, and you just can't get into it, because they would never understand. Easy, Digga, nee, Alter, du bist doch... Easy, Digga. Ja, Digga, was willst du, Digga, was willst du, Easy? Bibi ist meine, Alter, meine, Digga. Ja, komm, Alter. Ich habe dich einfach nur extra gewinnen lassen, Alter. Easy. Mal, wie du hoffst, Alter, hab keine Hoffnungen. Einfach nur dogshit bist du. It was at this moment that he knew he fucked up. Hey, Leute, wir haben ihn so hoch genommen. Wir haben ihn, wir haben ihn die Ehre genommen, aber Leute, wir müssen... Es sind noch zwei Runden offen. Es heißt noch nichts, aber trotzdem, wir nehmen ihn hoch. Let's go, der Hase. Digga, Leute, wir haben ihn gerade so die Ehre genommen. Leute, es kommt jetzt gar nicht, es kommt jetzt gar nicht. Ey, warte mal, Skopi, Bruder, was sagst du dazu gerade, weil du so reingeschossen hast? Ich habe YouTube im Hintergrund. Ja, Bro, ich habe nicht gepickert, Digga. Ja, weil ich vielleicht abgelenkt war. Ja, okay, würde ich sagen. Ja, komm, Bro, let's go, Digga. Komm, let's go. Bist du schlecht, Bro? Bist du einfach nur schlecht? Komm her, Bro. Wo bist du denn? Leute, wir müssen jetzt... Och, nö, Digga. Wir müssen ihn hochnehmen. Wartet, 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 wartet. Warte, warte, warte. Nein, wo bist du? Wo bist du? Komm her, wo bist du denn? Komm her, Bro. Okay. Ey, Leute, wir haben gerade die Runde verloren, Digga. Es ist jetzt eins gegen eins. Es ist jetzt Entscheidungsrunde. Es ist die entscheidende Runde. Leute, Leute, wir sind jetzt hier in der entscheidenden Runde. Jeder hat einen Punkt, wer diese Runde jetzt gewinnt, wird Vivi schlussendlich bekommen. Wir werden jetzt die letzte Runde machen, Leute. Ich werde alles geben. Nein, ich werde nicht. Ich werde nicht zulassen, dass Vivi zu so einem Typ geht. Leute, er hat Vivi mit billigem Einfachsprüchen von Google, von Google versucht zu können. Ich werde das nicht zulassen. Nein, nein, ich werde das nicht zulassen. Wait, Leute, ich werde alles geben. Vivi, ich werde alles geben. Scorpio, bist du bereit, Digga? Vivi ist meiner, Digga, ich sag's dir. Ja, was du, also das Easy Club. Ey. Er nennt's Easy Club. Wir werden sehen, Bro. Let's go. Leute, wir müssen nicht anspielen. Ich muss alles geben, Leute. Wer diese Runde jetzt gewinnt wird, Vivi, willkommen. Ja, komm, Digga. Guck mal, ich hab Highground, schau, Digga. Was machst du denn, Digga? Ja, Bro, ich verbaue mich noch. Ich verbaue mich noch. Was baust du da für'n Müll zusammen, Bro? Bauen wir ordentlich hier. Guck, wir haben auch, Digga. Hab ich ihn gecoaled? Hab ich ihn gecoaled? Komm, bitte lass, bitte lass ihn. Ja, was machst du denn, Bro? Uh, uh. Ja, easy, Digga. Easy. Komm, easy. Ich pickaxe die Leute. Wo bist du denn? Ja, komm her, Bro. Komm her. Komm her. Na, na, na. H-h-h-h-h! Untertitelung des ZDF für funk, 2017